Hallo liebe Hater! Warum sieht deine Flo so kackert? Warum ist dein Verein so rack? Warum kriegen wir nichts geraten? Warum fangst du nicht die Kack? Keine Ahnung. Reden, Haasimpeln, Haten, alles Mögliche hier bei der Stricklose, nur bei der Stricklose. Hey, was geht denn, Leute? Was geht ab? Hallo Herr Taner, hallo Herr Tanerin, hallo liebe Hater. Ganz besonders natürlich wie immer an euch, heute wahrscheinlich besonders viele. Und, ja, vielleicht auch, weiß ich, ein paar neue Hater nach diesem Video. Wir werden es sehen nach unserem Heimspiel Sonntag 13.30 Uhr. Bestes Wetter bei uns. Geil, Alter, Fußball. Leider nur zweite Liga. Aber wer weiß, wahrscheinlich nicht mehr lange. Gegen den SV Elversberg heute. Zu Gast. Die waren zu Gast bei uns mit, weiß ich, wie vielen Fans. Ich weiß nicht, es sah so aus wie 200. Also, bestes Wetter für ein geiles Fußballspiel, um unsere Serie auszubauen. Die große Chance, nach vorne zu springen. Ich glaube, auf Platz 4. Ja, wie wir uns gedacht haben. Ich setze mal meine neue Brille auf. Ich habe mich ja auf meine alte aufgesetzt. Yes! Und, da sehe ich doch gleich, die Aufstellung war genau, wie wir uns gedacht haben. Thor Steinsen kriegt seine Chance für Mathe Winkler. Schula spielt immer noch in der Mitte. Schernd, der zuletzt cool gespielt hat, auf links. Und dann Cousins, Maser und Dämme. Geiltes Mittelfeld, Seefurig, die Maschine auf links. Kenny auf rechts, Leisner und Marthorn als Innenverteidigung. Tiag Ernst, Diggi, cool, dass du verlängert hast. Bis 27, übergeil. Was für ein schönes Zeichen vor dem Heimspiel. Also, die Zeichen stehen alle auf Eskalation. Und so war es dann auch. Wir haben halt heute gegen eine der besten Mannschaften, ja, jetzt nicht Deutschlands, aber der 2. Liga gespielt. Und leider verdient verloren. Nein, so kann man es leider nicht sagen. Doch, also man kann sagen, wir haben verdient verloren. Und, ja, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ey Mann, Alter, es war einfach unglücklich. Wir haben es einfach, so ein Glücksstart von Elversberg. Was sollst du da irgendwie machen, wenn du irgendwie nach, ich glaube, 3 Minuten oder so, einen Elfmeter kriegst. Derry läuft, äh, also eigentlich gar nicht mittig am Tor, sondern fast an einer Grenze rechts, Torauslinie, Ende, Strafraum, dem Elversberger Baum hinterher und, ja, trifft ihn am Hacken. Oder die Laufwege kreuzen sich auf jeden Fall, trifft er den Hacken, der Elversberger mault sich auf und, ja, Derry hat es gar nicht wahrgenommen, glaube ich. Da dachte ich, okay, Alter, er hat einen Abstoß und hat abgedreht und dann gibt es Elfmeter. Leider muss man aber sagen, es sieht so dumm aus und man sagt, er ist ja niemals ein Elfmeter. Ja, aber er wäre ja ohne die Berührung nicht hingefallen. Und man muss so ehrlich sein, wäre es für uns diese Situation gewesen, hätten wir auch alle gesagt, Alter, es ist ein Elfmeter. Ja, insofern muss man sagen, ja, den kannst du leider geben. Dann steht es nach drei Minuten 0,1. Was krass ist, natürlich krass dumm, also krass ungünstig, sage ich mal. Aber, ey, Leute, sorry. Ey, weißt du, ich kann jetzt bei einem süffisanten Einstieg, ich kann euch gar nicht sagen, wie enttäuscht ich bin, weil es einfach keine Entschuldigung ist. Alter, Leute, ganz im Ernst, sorry. Aber, ey, das war doch, also es war ein typisches Hertha-Spiel. Ich liebe diesen Verein schon seit, weiß ich, wie lange bin ich jetzt, 25 Jahre Mitglied oder weiß ich. So viele Spiele gesehen und leider in letzter Zeit sind es genau die Spiele, wo wir oft Glück hatten. Jetzt Regensburg zum Beispiel, auch gegen Nürnberg. Da haben wir besser gespielt, natürlich, aber haben auch immer die letzte Chance stehen lassen. Und es kotzt mich an, ey, wenn du 1-0 zurückliegst und du suchst den Abschluss einfach immer nicht, du verspielst jeden scheiß Ball anstelle, dass du mal aufs Tor schießt, dann weiß ich einfach nicht, warum das passiert. Es war einfach so oft so, dass man eigentlich in einer guten Abschlussposition den Ball dann wieder weiter nach rechts legt, wieder zum nächsten Spieler weiter schiebt, anstelle einfach mal raufzuschießen. Man ist schon mittig am Strafraum und wir suchen den Abschluss aber einfach nicht. So als wenn, weiß ich, was wir da machen wollen. Das hat mich total genervt, weil alleine, es ist doch so, schieß doch aufs Tor, weil du weißt doch, Alter, 0-1 gefährlich, Alter. Gefährlich, entweder du machst jetzt den Ausgleich oder du vertändelst jede Chance, die du rausspielst und dann kriegst du das 0-2 und bam, genau so kommt es dann auch noch. Es nervt einfach, es nervt, weil wir auch so gute Ansätze haben und es dann auch wieder für mich einfach so scheiße leichtfertig hergegeben wird. Schula, Alter, der regt mich jetzt schon auf, ey. Ich meine, er ist jung, okay, also so jung ist er aber auch nicht, aber er wartet die ganze Zeit auf den Pass. Er hat drei, ich glaube, zwei, drei, vier Aktionen in der ersten Halbzeit, wo er aber den Laufweg nicht macht, um den Ball einfach frei kriegen zu können. Er steht immer und denkt so, ja, und jetzt passt den Ball zu mir, aber um ihn rum stehen halt die Leute und er versucht, also Cousins zum Beispiel, versucht ihm den Ball supergeil zuzuspielen und anstelle dann aber den Schritt zurückzumachen, um den Ball anzunehmen, geht er nach vorne, zwei Gegenspieler oder einer neben ihm macht den Schritt zurück und kriegt deswegen den Ball. Und das ist einfach ätzend, wenn sowas zwei, dreimal passiert, dann denkst du auch so, Mann, Alter, dann mach du doch den Schritt, den der Elversberger macht. Echt mal im Ernst, Alter. Das ist SV Elversberg bei aller Liebe, ey. Die haben das super gemacht. Die waren taktisch super eingestellt. Technisch die Spieler, Alter, richtig cool, haben super Pressing gespielt. Aber, Alter, das kann nicht sein, dass wir damit nicht klarkommen. Sorry. Wirklich. Also Schule hat mich schon mal echt genervt, muss ich sagen. Dann Sefuig fand ich eigentlich wirklich auf links diesmal besser. Hat auch sich im Aufbau eingeschaltet öfter. Wieder schön körperlich hat dann leider, ich weiß gar nicht, was es war, erste Halbzeitende, glaube ich, nach 30 Minuten oder so, hat er schon angedeutet, er will ausgewechselt werden. Irgendwas war. Aber wir haben niemanden mehr. Wir haben niemanden mehr, weil Karbovnik, oder wie wir sagen, Karbovniak leider verletzt ist. Dudzi ist auch verletzt. Also wer soll da spielen? Er hat sich dann halt noch weiter durchgesteppt, aber es ging nicht mehr. Das war dann schon deutlich, dass man gesehen hat, okay, er kann die Leistung dann einfach ab der 30. oder 25. Minute einfach nicht mehr weitergehen, bringen. Und dann ausgerechnet da auch noch 30. Minute. Alter, erst mal Marta und Dardai kassiert eine verdiente gelbe Karte relativ schnell. Ich weiß gar nicht, wann es war. Ich glaube, ja, 17. Spielminute ist natürlich schon mal super ungünstig für einen Innenverteidiger. Und dann, Dickerchen, also wirklich Marta und Dardai spielt einen Rückpass. Also da fragst du dich auch so, okay, du willst eine hervorpreschende, eine Konterversuchende Elversberger Mannschaft dran, hintern, 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 den Konter zu spielen. Und spielst den Ball dann aber so dumm unglücklich nach hinten, dass es die krasseste Vorlage für den Elversberger wird, der den Ball einfach nur noch über Ernst rüberheben muss zum 2-0. Da konnte keiner mehr was machen leisten, aber er ist nicht mehr rangekommen an den Spieler. Einfach super unglücklich. Aber ey, wenn er das denkt, dann spiel den Ball auch in Seiten aus. Wirklich, Alter, so eine dumme Aktion. Bam, 2-0-4 Elversberg. Ja, und dann gehst du mit 0-2 Rückstand in die Halbzeit. Nimmst dir eine Menge vor und dann steht es nach 53 Minuten 3-0. Boom. 3-0 superschön, superschön gemacht. Da zieht der Elversberger ab. Bam, Alter, das Ding geht ins Tor. Zum 3-0. Jetzt können auch alle sagen, ja, ey, sorry. Was soll es da machen? Das sind ja einfach Glückstreffer. Das 0-1 ist ein Elfmeter unglücklich nach drei Minuten. 2-0 legt Marton da vor, dass er den nur noch rüberheben muss. 3-0 geil abgezogen, aber gut, Sonntagsschuss. Ja, kannst du aber bei jedem Tor dann sagen. Ey, wir spielen zu Hause und wir hatten, glaube ich, zur Halbzeit, ich glaube, 1 zu 6 Torschüsse zur Halbzeit, einmal aufs Tor geschossen. Das kann in einem Heimspiel gegen Elversberg ja wohl kaum unser Anspruch sein, mit so einem guten Mittelfeld, dass wir das nicht gewuppt kriegen irgendwie. Und Maser hat auch probiert, hatte auch wirklich eine geniale Einzelaktion wieder, aber wir machen einfach zu wenig draus. Wir suchen den Abschluss dann einfach nicht. Es war auch so, Maser spielt sich super geil raus, legt dann ab. Ja, und dann wird nochmal abgelegt und nochmal abgelegt und das war's. Einfach super nervig. So, dann steht es 0 zu 3. Und dann macht Cousins, glaube ich, auch sehr schön den Anschluss 1 zu 4. 1 zu, nee, war es 1 zu 3? Ja, 1 zu 3, ne? Ja, 1 zu 3 in der 60. Dann haben wir noch eine fucking halbe Stunde Zeit. Dann denkst du, okay, jetzt kann ja doch was gehen. Es geht ein Ruck durch die Mannschaft. Bam! Ja, 5 Minuten später. Handelfmeter. Schula, den Arm einfach zu weit hochgenommen. Ja, er kriegt ihn dagegen. Aber auch da muss man sagen, ja, kannst du leider geben. Ist halt dumm. Aber wenn man jetzt sagt, ey, die ganze Regel ist alles zu scheiße. Es soll jetzt einfach gepfiffen werden, wenn der Ball gegen die Hand geht und der Arm nicht am Körper ist. Dann muss man sagen, es ist ein Handspiel. Natürlich super unglücklich. Steht es 1 zu 4 und das Ding ist natürlich durch. Hatten wir, glaube ich, auch noch eine Chance, wo man dachte, geil, 11 Meter. Aber es war leider ein paar Zentimeter vor der Linie. Wurde, glaube ich, Maser gefoult. Und so stehen wir mit 0 Punkten da gegen Elversberg. Das einzig Geile, was man jetzt noch sagen kann, ist, dass Boris Luhm eingewechselt wurde mit 16 Jahren. Fucking wie geil ist das denn? Und damit jüngster Herr Tana ist, der jemals in der zweiten Bundesliga aufgelaufen ist oder Bundesliga. Das ist schon geil. Aber man muss einfach sagen, wir hätten Vierter sein können, sinnvoll aber nicht. Und haben einfach eine Riesenchance liegen gelassen. Und das ist das, was mich so absolut abfickt bei der Sache, dass die anderen Mannschaften, wenn man sich das mal anguckt, die anderen Mannschaften, HSV, KSC, so, ja, die liegen dann auch mal zurück. Aber die kämpfen sich halt krass zurück. Die schießen aufs Tor, was das Zeug hält und schaffen es dann, aus dem 0-2 ein 2-2 zu machen. Oder aus dem 0-3, glaube ich, ein 4-4 zu machen gegen Köln. Und es ist einfach so, dass wir dagegen einfach abstinken. Und so ehrlich muss man einfach sein, dass bei aller Liebe und allen Anlagen, die wir haben, und ich finde die Mannschaft auch geil und ich glaube auch, dass wir Potenzial haben. Aber wenn du dann siehst, wie die anderen spielen und dass wir dann zu Hause das dritte Heimspiel liegen lassen, gegen Regensburg haben wir einfach tierisch Schwein gehabt, wirklich Schwein gehabt in der Nachspielzeit, dass wir das dann noch geholt haben. Weil auch gegen Regensburg hätte das anders laufen können. Regensburg hatte auch zwei, drei Chancen, da hätten die das Tor machen können. Und man kann immer sagen, ja, hätte, wäre, wenn und bla 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 bla. Aber irgendwann muss man vielleicht auch zugeben, dass das wahrscheinlich nicht reichen wird. Und dann müssen wir auch zufrieden sein und sagen, alles cool. Aber wir dürfen uns da halt auch jetzt irgendwie, ja, nicht irgendwie Honig in die Augen schmieren lassen und sagen, ja, wenn Fabi Rehse wiederkommt, dann ist alles gut, weil die Verletzten, unsere Mannschaft ist ja eigentlich gut aufgestellt. Und du darfst so einfach, du darfst das so nicht hergeben, wenn du sagst, du willst aufsteigen. Und wenn du halt auch so gute Spiele hast, darf das nicht passieren. Sorry, Alter. Ähm, ja. Maser und Cousins waren für mich wieder Lichtblicke. Die haben wirklich ein paar richtig gute Szenen gehabt. Ähm, Cousins auch mit einer super geilen Aktion, ein super Pass auf Tor Steinsen, der auch, gegen Ende hat er dann besser gespielt, aber am Anfang mich auch aufgeregt, weil er auch eher zwei, drei Bälle bekommt und gibt die so leichtfertig her einfach, verschenkt die einfach unkonzentriert. Ätzend einfach. Ähm, ja, wie beim, äh, 3-0 auch, äh, der Ball den Dämme da, äh, spielt auf Tor Steinsen und der einfach unkonzentriert das einfach nicht rafft. Dadurch kriegen die Elversberger den Ball und machen das 0-3. Es ist einfach, und das muss man davor eben auch sagen, auch wenn du sagst, ja, krasser Schuss, aber der Fehler, dahin darf halt nicht passieren. Unkonzentriert, ja, also von, weil, ich würde sagen, das Ding geht auf Tor Steinsons Kappe, weil er einfach unkonzentriert war, äh, den Ball da hergibt. Man kann auch sagen, Dämme hätte den vielleicht da gar nicht hinspielen sollen. Aber, wir haben es verkackt. Wir haben es also wieder mal geschafft, dass wir eigentlich die Spiele, die wir gewinnen müssen, einfach nicht holen, und wenn du aus vier Heimspielen von zwölf Punkten drei holst, wovon, wo man auch sagen muss, um ehrlich zu sein, hätte das auch einer sein können, dann ist das einfach zu wenig. Sorry, Leute, es ist einfach zu wenig. Und, äh, jetzt spielen wir nächste Woche auf Schalke. Da müssen wir jetzt schon gewinnen, eigentlich. Ähm, und dann nächstes Heimspiel gegen Braunschweig, ja, sowieso. Bin ich mal hier gespannt. Jetzt könnt ihr mich wieder ab, äh, abhaten, dass ich so negativ bin, was ich eigentlich sonst ja gar nicht bin. Und ich will es auch gar nicht sein. Ich bin einfach, es ist so unnütz. Deswegen bin ich, äh, abgefuckt. Und, ähm, muss aber auch sagen, wenn man dann die Fans sieht, wie die feiern trotzdem in der Kurve, dann sollten wir vielleicht auch sagen, ey, alter, scheiß drauf, es ist einfach so. Und dann lass uns das einfach zufrieden sein damit, dass wir eine wirklich geile junge Mannschaft haben, die vom Potenzial wahrscheinlich schon besser werden wird. Wir werden mit denen auch noch viel Freude haben, aber dann bleiben wir halt in der zweiten Liga. Und damit fahren wir vielleicht besser, muss man vielleicht auch einfach dann ehrlich zugeben. Klar kannst du sagen, es ist viel zu früh, um jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, oder wie man sagt. Flinte ins Korn, was soll das überhaupt? Äh, wahrscheinlich die Flinte ins Feld werfen, weil man einfach nicht geschafft hat, den Schuss anzubringen. Ja, hab ich das gut abgeführt, wa? Ähm, ja. Also deswegen, ähm, vielleicht ist es einfach besser. Auf jeden Fall Spielstag ist durch. So schlecht sieht es ja auch gar nicht aus. Wir haben fünf Punkte Rückstand auf den KSC und fünf Punkte Rückstand auf Magdeburg. Ähm, halt zwei Spiele. Aber, wie gesagt, das war ein Spiel, ja. Ja, du kannst verlieren, aber wenn du siehst, dass Elversberg, kann ja nochmal auf die Statistiken gucken, um nochmal uns einfach das Messer nochmal reinzurammen, dass es einfach richtig verdient war. Und das ist ja einfach das Bittere. Klar gibt es dann Sachen, wo du irgendwie sagen kannst, ähm, das war mega unverdient. Aber von den Expected Goals ist es so, dass Elversberg 3,4 Expected Goals hat und wir haben 0,37. Da siehst du mal, auch wenn wir dann von den Torschüssen am Ende noch aufgeholt haben, was die Torschüsse für eine Wertigkeit hatten. Und so, ähm, das war einfach nichts. Und es ist Pech, natürlich ist es Pech. Ähm, wenn man sagt, okay, Zweikämpfe 100 zu 100 ist alles relativ ausgeglichen. Ballbesitz hatten wir dann am Ende mehr, weil wir natürlich mehr gemacht haben. Aber wir haben einfach wieder mal nichts aus unseren Chancen gemacht. Ist einfach so. Wenn du sieben Ecken hast und machst gar nichts daraus, ist das einfach zu wenig. So, und jetzt geht es nächste Woche gegen Schalke. Karlsruhe spielt gegen Darmstadt, Köln gegen Ulm, Paderborn spielt gegen Regensburg, Magdeburg gegen Fürth, Düsseldorf gegen den HSV. Okay, die spielen wenigstens gegen direkte Gegner. Aber, Düsseldorf spielt dann gegen Regensburg, Paderborn spielt in Lautern. Also, du musst aufpassen, dass dir die Sachen jetzt nicht weglaufen. Scheiße. So, viel zu negativ, aber man muss ja mal seinem Seelenleben Ausdruck verleihen dürfen, oder? Ich küsse euch trotzdem, weil ansonsten, ansonsten ist eigentlich ein schönes Wochenende. So, Mama hat jetzt viel besser gegessen im Krankenhaus. Ich hatte ein geiles Wochenende mit den Kids, die zufrieden sind und auch nach dem Spiel lachend auf mich zukamen. Das ist das Einzige, wo du dann sagen kannst, ja scheiß drauf. Gibt auch wichtigere Sachen. Aber, morgen auf Arbeit, weiß man, was man sich anhören darf. Es ist schon ein bisschen peinlich. Egal. Also, ihr Lieben, ich sag, macht's gut, lasst die Köpfe nicht hängen. Wir hören uns morgen mit Dennis wieder. Mal schauen, was der sagen wird. Haui. Tschüssi. 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 Ergäß waste ich bin laut im Satellen haben.